Um einer Person aus dem Bett zu helfen, vom Liegen zum Sitzen bitten Sie die Person sich dem Bettrand zu nähern, dann die Füße rauszustrecken, die Schulter des Betreuers zu ergreifen und mitzuhelfen, um sich sicher aufzusetzen. Helfen Sie der Person die Schuhe anzuziehen. Um vom Sitzen zum Stehen zu kommen, bitten Sie die Person sich dem Bettrand zu nähern, beide Füße auf den Boden zu setzen, die Schultern nach vorne zu bringen, sich auf dem Bett abzustützen und aufzustehen. Mit dem Rollator bitten Sie die Person sich auf dem Rollator abzustützen und aufzustehen. Um den Transfer in den Rollstuhl zu machen, stellen Sie den Rollstuhl seitlich zum Bett, fixieren Sie die Bremsen, bitten Sie die Person die Hände ihres Betreuers zu ergreifen, sich dem Sessel zuzuwenden, beide Armlehnen ergreifen und sich langsam hinzusetzen.